Da wir uns langsam dem 31. Oktober nähern und damit Halloween vor der Tür steht, erzähle ich euch heute die tragische Geschichte von Oiva. Yotsuya Kaiden, die Geistergeschichte von Yotsuya, ist einer der berühmtesten Geistergeschichten Japans. Die Erzählung beruht auf wahren Ereignissen, die im 17. Jahrhundert stattfanden. Oiva, eine wunderschöne und gutherzige Frau, war mit einem Samurai namens Iemon verheiratet. Es war keine glückliche Ehe, denn Iemon war ein Mann, der mit Geld nicht umgehen konnte und daher sehr verschwenderisch lebte. Zudem war er noch ein Dieb. Obwohl Oiva ihren Ehemann liebte, beschloss sie eines Tages, diesen zu verlassen und zu ihrer Familie zurückzukehren. Iemon war verzweifelt und versuchte, seine Frau wieder zurückzuholen. Daher folgte er Oiva zum Anwesen ihrer Familie. Doch bevor er dort überhaupt ankam, wurde er von Oivas Vater, Yotsuya Sammon, aufgehalten. Sammon wusste von Iemons Missetaten. Er hatte seinem Arbeitgeber nämlich Geld gestohlen und verlangte von seinem Schwiegersohn, sich von seiner Tochter zu scheiden. Er dachte, dass er Schande über die Familie bringen könnte. Wut entbrannt, zog Iemon plötzlich sein Schwert und ermordete kaltblütig seinen eigenen Schwiegervater. Danach zog er weiter zum Anwesen der Yotsuya und erzählte seiner Frau, dass Banditen ihren Vater auf der Straße ausgeraubt und getötet hatten. Mit den Augen voller Tränen versprach Iemon, Oivas Vater zu rächen und das Paar versöhnte sich wieder. Einige Zeit nach diesen Ereignissen wurde Oiva schwanger und trug Iemons Sohn in sich. Die Zeiten waren hart und sie hatten kaum Geld übrig. Nach der Geburt des Kindes wurde Oiva sehr krank und Iemon ärgerte sich darüber, dadurch noch mehr Geld zu verlieren. In der Nachbarschaft lebte ein reicher Arzt namens Ito Kihei, der sich um Oivas Wohlergehen kümmerte. Er hatte eine wunderschöne Enkelin namens Umeh. Umeh fühlte sich sofort von Iemon angezogen, als sie ihm zum ersten Mal begegnete und wollte ihn unbedingt heiraten. Da der Arzt seine Enkelin sehr liebte, versprach er ihr, seine Hilfe anzubieten, damit sie ihr Ziel erreicht. Er verordnete Oiva eine Salbe an, die ihr angeblich helfen sollte. Doch in Wirklichkeit war es Gift, das ihr Gesicht entsetzlich entstellte. Als Iemon Oivas vernarbtes Gesicht sah und ihre Schönheit dadurch verschwand, fing er an, seine eigene Frau dafür zu hassen. Ito der Arzt nutzte die Chance und schlug Iemon vor, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Und stattdessen seine wunderschöne Enkelin zur Ehefrau zu nehmen, denn dann könnte der ganze Reichtum der Ito-Familie sein Erbe sein. Iemon war so angewidert von Oivas Aussehen und Umeh war so jung und attraktiv, dass er dieses unwiderstehliche Angebot nicht ablehnen konnte und zustimmte. Er begann Oivas Besitztümer, ihre Kimonos, ihre Kleidung, sogar die Kleidung ihres gemeinsamen Sohnes zu verpfänden, um genug Geld zu erhalten, um Umeh heiraten zu können. Nun musste er sich genau überlegen, weshalb er sich von seiner Frau trennen wollte. Er bat seinem Freund Takuetsu dabei zu helfen. Dieser sollte Oiva vergewaltigen, damit Iemon sie der Untreue bezichtigen konnte. Eines Nachts, als Iemon außer Haus war, schlich sich sein Freund hinein und näherte sich Oiva langsam. Als er ihr grässliches Gesicht sah, war er so verängstigt, dass er den Plan nicht durchführen konnte. Stattdessen erzählte er Oiva, was ihr Ehemann plante, um sie loszuwerden. Dann nahm er einen Spiegel und zeigte der ahnungslosen jungen Frau, was die Salbe mit ihrem Gesicht gemacht hatte. Als sie ihr eigenes Spiegelbild sah, war sie so entsetzt und erschrocken. Sie versuchte alles Mögliche, um die Narben zu verdecken. Doch es fielen blutige Klumpen Fleisch auf den Boden, je mehr sie ihr Gesicht berührte. Oiva wurde wahnsinnig, stand auf, nahm ein Schwert und durchbohrte damit ihren Hals. Als sie auf dem Boden lag und langsam verblutete, verfluchte sie Iemon mehrfach, bis ihr letzter Atemzug getan war. Oivas Körper wurde irgendwann von Iemons Diener Kohei entdeckt. Als Kohei zu Iemon eilte, um ihn die schreckliche Nachricht zu überbringen, war er überglücklich. Kohei schöpfte Verdacht, aber bevor er etwas tun konnte, ermordete Iemon ihn. Um Oivas und Kohes Leichen loszuwerden, befestigte er die Körper an eine Tür und entsorgte diese dann in einem Fluss. Er verbreitete daraufhin die Lüge, dass sein Diener und seine Frau eine Affäre hatten. Nun war er endlich frei und konnte Ümer heiraten. Doch Oivas Fluch ließ nicht lange auf sich warten. In seiner Hochzeitsnacht hatte Iemon große Probleme zu schlafen. Als er sich zu seiner Frau drehte, sah er vor sich den Geist der entstellten Oiva. Er griff nach seinem Schwert und schlug um sich, um damit den Geist zu verscheuchen. Doch war es nur eine Illusion. Als er gerade zu sich kam, sah er seine neue Gemahlin Tod auf dem Boden liegen. Panisch lief Iemon zum Ito-Anwesen, um die Hilfe seines neuen Schwiegervaters zu suchen. Als er jedoch dort ankam, sah er sich dem Geist des ermordeten Kohe gegenüber. Wieder einmal zückte er sein Schwert, aber kaum hatte er das getan, löste sich die Illusion auf und vor ihm war Ito Kihes erschlagener Körper auf dem Boden zu sehen. Iemon floh, doch Oivas rachsüchtiger Geist verfolgte ihn. Wo auch immer er hinging, sie war da. Ihre angsteinflößende Grimasse tauchte immer wieder in seinen Träumen auf. Auch ihre schrecklich klagende Stimme, die nach Rache schrie, war oft zu hören. Oiva erschien ihm sogar in den Papierlaternen, die die Straße in der Nacht beleuchten. Irgendwann beschloss Iemon, sich in die Berge zurückzuziehen. Er dachte, er könne sich vor dem Geist seiner Frau verstecken, doch es hatte einfach keinen Zweck. Nicht mehr in der Lage, die Realität von Illusionen zu unterscheiden, fiel er dem Wahnsinn zum Opfer und starb. Noch heute sucht Oiva die Orte heim, an denen sie lebte. Angeblich verfolgt sie Menschen, die ihre Geschichte verfilmen oder im Theater aufführen wollen. Mysteriöse Katastrophen und Todesfälle sollen schon durch ihren Fluch aufgetreten sein. Zudem soll es schon zahlreiche Versuche gegeben haben, ihren wütenden Geist zu besänftigen. Ein kleiner Schrein und ein Tempel, der Oiva gewidmet war, wurden auf den Ruinen des Hauses ihrer Familie Inyocea errichtet. Nachdem ein Feuer 1879 den Schrein zerstört hatte, wurde Oivas Schrein in einem anderen Teil von Tokio erneut aufgebaut. Der Schrein wurde in den Bombardements der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg ein weiteres Mal zerstört. Nach dem Krieg wurde sowohl ihr neuer Schrein als auch der ursprüngliche Ort in Yocea wieder aufgebaut. Nun erinnert ein Grabstein in Zygamou an sie.